I feel like God I'm a Kage, busting my ass, I know all of these, me I've been working, I ground from the ground and now you see my dripper, so Kage, 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 No Tell Beach, Yasame, Never Hand Breaks, no off days, bitch, my dripper, look. Mabuhai und willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Patch 1.5 steht vor der Tür und heute möchte ich euch drei Tools vorstellen, die ihr auf keinen Fall missen solltet und natürlich auch ergänzend zu Genshin Impact nutzen solltet, sofern ihr das noch nicht tut. Diese drei Tools sind nicht offiziell von MiHoYo, aber keine Sorge, ihr benutzt hier keine Cheats oder Sonstiges, denn ihr wisst, sowas promote ich nicht und ihr müsst auch nichts runterladen oder irgendwie Sonstiges eure Daten angeben, sondern diese Tools sind vollkommen kostenlos und erleichtern euch das Leben in Genshin Impact ungemein. Von welchen Tools reden wir hier? Diese Tools sind zum einen die interaktive Karte, das den meisten sowieso bekannt sein dürfte, das zweite ist der Farming Calculator und das dritte ist der Genshin Optimizer. Also danke dafür, sehr erfahren an dieser Stelle, für den Vorschlag, denn das baue ich sehr, sehr gerne mit ein. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt reiche ich das Video endlich nach, denn gerade zu Patch 1.5 kann die interaktive Karte von Genshin Impact ungemein hilfreich sein. Wir beginnen direkt mit der interaktiven Karte von Genshin Impact, natürlich, wie schon erwähnt, ist das nicht offiziell von MiHoYo, aber damit erleichtert ihr euch das Leben ungemein. Für die Leute, die es nicht nutzen, die interaktive Karte verschafft euch einen wahnsinns detaillierten Überblick über Materialien, die ihr braucht, über Truhen, die ihr finden könnt, über Geokulis, über Animokulis und so weiter und so fort, über die blutroten Achate, falls ihr das im Drachenkarten noch nicht gemacht habt und so weiter und so fort. Ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, denn ich nutze diese Karte ebenfalls schon seit Release von Genshin Impact und das ist wirklich ein absoluter Game Changer für mich gewesen, denn so musste ich nicht lange in der Welt rumsuchen und konnte dann auch so quasi direkt alles finden, was ich benötige und konnte mir so wirklich einiges an Zeit sparen. Es gibt noch ein paar Gebiete, die ich nicht auf 100% habe, aber das ist halb so wild, denn ihr könnt auch hier euren Vortritt speichern über die Sachen, die ihr bereits gefunden habt, wie beispielsweise Animokulis, Geokulis, dann blutrote Achate, Kisten und so weiter und so fort. All das ist möglich, denn ihr seht, das sind alles gewöhnliche Truhen oder normale Schatztruhen, wenn man das so nennen möchte, davon gibt es eine Menge und falls der eine oder andere vorhat, sein Gebiet auf 100% zu bringen, dann klickt ihr einfach auf irgendwas drauf und markiert es als gefunden. Ihr seht es auch hier, wenn wir ein bisschen ranzoomen, markiert es einfach als gefunden, dann wird das in eurem Vortritt gespeichert, aber ihr müsst euch hier natürlich mit eurem Google-Konto anmelden. Das Google-Konto dürfte jeder von euch haben, sofern ihr einen YouTube-Account besitzt und dementsprechend dann auch Videos liked oder abonniert oder sonstiges und falls ihr das noch nicht getan habt, lasst dem Video gerne ein Like da, sofern es euch geholfen hat und falls ihr es schon kanntet, dann könnt ihr mir trotzdem ein Like da lassen, falls ihr heute Gönnerstag habt, andernfalls auch kein Problem. Ein Kommentar reicht auch völlig oder aber auch wenn ihr euch das Video bis zum Ende anschaut, alles was ihr da tut, ist ein Wahnsinns-Support, aber das mal so viel an dieser Stelle. Der einzige Nachteil an dieser Karte ist, dass man nur begrenzt ranzoomen kann tatsächlich. Das würde ich mir noch wünschen, dass das noch ein bisschen besser implementiert wird, denn gerade bei solchen Stellen beispielsweise, wo sich die blutroten Achate überlappen oder hier auch mit den ganz vielen Kisten und so weiter und so fort, da ist es nicht ganz eindeutig übersichtlich, wo jetzt was genau zu finden ist. Wenn man jetzt beispielsweise hier draufklickt, dann habt ihr hier oben noch diese Kommentarfunktion, das heißt ihr könnt auch hier quasi euch die Kommentare durchlesen. Oftmals gibt es immer mindestens eine Person, die einen Screenshot dazu gepostet hat, aber es ist ein bisschen nervig, um sich quasi hier das Bild rauszukopieren, dann in den Browser einzufügen und dann einen neuen Tab zu öffnen. Da finde ich die andere interaktive Karte deutlich übersichtlicher und die ist von MapGenie. Diese Karte hier ist von AppSample und beide Karten machen eigentlich genau das gleiche, das heißt ihr geht hier einfach nach eigentlicher persönlicher Präferenz, nach eigener persönlicher Präferenz logischerweise und nehmt einfach die Karte, die euch am besten gefällt. Hier könnt ihr natürlich selbstverständlich ebenfalls euren Fortschritt speichern, aber ihr müsst euch dementsprechend registrieren. Ihr könnt nicht ganz einfach euch mit Google anmelden, sondern ihr müsst wirklich einen extra Account machen, von daher, falls ihr das macht, geht immer auf Nummer sicher und nutzt hier ein völlig anderes Passwort, das ihr sonst nirgendwo anders benutzt habt. Das ist ganz, ganz wichtig, denn natürlich kann man nie genau sagen, wo diese Daten hinterlegt werden, ob die Server sicher sind, ob eure Passwörter sicher sind und so weiter und so fort. Deswegen natürlich immer mit Vorsicht genießen, aber gerade das mit Google ist halb so wild, denn wenn ihr es richtig gemacht habt, habt ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dementsprechend kann euer Google-Account nicht gehackt werden, von daher ist alles safe, aber bei dem hier, wo man sich extra registrieren muss, ist das ein bisschen kritisch, aber das könnt ihr handhaben, wie auch immer ihr möchtet. Hier habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr deutlich näher heranzoomen könnt als bei der anderen Karte, denn ihr seht es auch hier direkt, dort ist das deutlich besser unterteilt, abgesehen von diesen zwei Agaten hier oder von diesen blutroten Achaten, wenn man es auf Deutsch ausdrücken möchte. Aber auch das ist gar kein Problem, denn sobald man da draufklickt, bekommt ihr eine Miniatur-Vorschau und wenn ihr dann auf das Bild klickt, bekommt ihr das in größerer Form angezeigt und ihr seht dann auch direkt, wo dieser blutrote Achat zu finden ist, was ich persönlich sehr, sehr nice finde. War für mich persönlich ein wahnsinns Game-Changer. Und ihr seht auch hier eine kurze Notiz dazu, wo genau sich dieses Teil befindet und dann seid ihr hier wirklich auf der deutlich besseren Seite als jetzt bei dem hier, wie ich persönlich finde. Aber das ist wie gesagt eigene Präferenz, ihr könnt das handhaben, wie auch immer ihr möchtet. Ihr bekommt alle Gegner angezeigt, die es zu finden gibt, alle Ressourcen, die ihr benötigt und so weiter und so fort. Das einzige, was die Map-Genie-Karte nicht bietet, ist eine genaue Auflistung der Ressourcen, die ihr für euer Housing-System benötigt. Denn ihr seht es auch hier, Version 1.5, Homeworld, also das Housing und wenn ihr da alles markiert, findet ihr inklusive der Pflanzen alles, was ihr braucht für euer Housing-System und wo ihr es finden könnt. Das heißt, ihr könnt wirklich am ersten Tag des Housing-Systems schon einiges reißen, wenn ihr die Karte effizient und aktiv nutzt. Von daher lege ich sie jedem ans Herz, der sich noch nicht so ganz in der Welt von Genshin Impact zurechtfindet oder noch nicht weiß, wo was zu finden ist. Denn gerade für Leute wie mich beispielsweise, die seit Tag 1 dabei sind, irgendwann hat man den Dreh raus und weiß, wo man welche Sachen findet. Aber es kann natürlich auch ein Wahnsinnskram sein, die Dinge einzusammeln, aber somit spart ihr euch wahnsinnig viel Zeit. Das zweite Tool ist der Genshin Impact Farming Calculator bzw. der Materialrechner, wenn man das so möchte. Und das ermöglicht euch eine Auflistung der Charaktere bzw. der Materialien, die ihr braucht, um eure Charaktere zu verstärken und eure Waffen zu verstärken und um die Talente zu verbessern. Das heißt, wenn ihr hier das erste Mal seid, sind eventuell hier schon zwei Charaktere voreingetragen. Die könnt ihr ganz einfach raushauen und fügt einfach Gruppenmitglieder hinzu. Ein Team beispielsweise von mir besteht aus Albedo, aus Noel, aus Chichi und aus Venti der Zeit. Und ihr seht, die Charaktere werden mir jetzt angezeigt und ihr seht auch quasi hier, an welchen Tagen ihr was farmen könnt. Für das Talent für Noel beispielsweise brauchen wir den Widerstand bzw. das Buchwiderstand gibt es dienstags. Also heute kostet 20 ursprüngliches Harz, denn wir müssen dafür natürlich eine Sphäre machen und so habt ihr auch eine genaue Übersicht an Dingen, die ihr benötigt. Und natürlich auch anhand der Kosten, wie viel ursprüngliches Harz ihr pro Run benötigt. Die Geohypustase logischerweise 40 für Noel und Albedo, Animo für Venti, Flugseisbaum für Chichi und so weiter und so fort. Die Übersicht ist genial und selbstverständlich könnt ihr natürlich auch Waffen hinzufügen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise für meine Noel eine Waffe hinzufügen, dann habe ich auf sie den weißen Schatten. Und ihr seht, das gibt es täglich zu farmen. Crenwappen, der Schatzsucher und Zeremonie ist Jagdschwert. Aber hier muss man leider wissen, von welchen Monstern man das Ganze bekommen kann. Das Jagdschwert bekommt man von den Fatui-Assassinen, wenn man das so möchte, oder von den Kopfgeldjägern. Ich glaube, die heißen Kopfgeldjäger. Und das hier von den Schatzsuchern. Immer diese Truppe von normalen Menschen, sage ich jetzt mal. Der eine mit der Schaufel, der andere mit einer Keule, der wild um sich schlägt. Aber die kann man eigentlich nicht übersehen tatsächlich, weil früher oder später trifft man sowieso auf die. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall die Materialien. Und wenn ihr dazu dann noch die interaktive Karte nutzt, könnt ihr euch dann dementsprechend anzeigen lassen, wo welches Monster zu finden ist. Wobei ich jetzt nicht zu 100% weiß, ob die Schatzsucher dementsprechend hier eingetragen sind. Das sieht derzeit nicht so aus, tatsächlich. Aber die Kopfgeldjäger sind eingetragen. Zehn Stück könnt ihr täglich machen. Die werden einmal pro Tag zurückgesetzt. Dann Fatui-Skirmischer. Ich weiß nicht, welche genau das sind. Aber ich glaube, das ist der so ein bisschen korpulentere Typ. Mit der Eiskanone oder mit der Wasserkanone. Je nachdem, wie ihr ihn gerade antrefft. Helichills natürlich, normale Monster und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch alles anzeigen lassen. Von daher ist das eigentlich optimal. Auch doch, Schatzsucher werden ebenfalls angezeigt. Ihr seht es hier. Die Treasure Hoarders waren ein bisschen abgekürzt. Deswegen habe ich es nicht direkt erkannt. Aber das wird ebenfalls angezeigt. Von daher nutzt es auf jeden Fall. Denn damit erleichtert ihr euch ungemein viel. Jetzt habt ihr gerade schon das dritte Tool gesehen. Das ist aber halb so wild. Und natürlich dementsprechend könnt ihr auch Artefakte auswählen, was ihr benötigt. Wo ihr die Artefakte herbekommt. Zum Teil muss man ganz ehrlich sagen. Denn zum Beispiel das Ausbilderset kostet 40 ursprüngliches Harz. Kann man für Noelle nutzen, wenn man das möchte. Denn Noelle wird hier angezeigt. Es wird quasi immer der optimale Charakter dafür angezeigt. Aber das müsst ihr nicht so bar auf die Hand nehmen. Denn zum einen kenne ich keinen, der das Ausbilderset noch wirklich nutzt. Weil das ein 4-Sterne-Artefakt ist. Und zum anderen wird man sowieso früher oder später definitiv nur noch 5-Sterne-Artefakt. Von daher macht euch da nicht zu sehr einen Stress. Blutiger Weg des Ritters. Auch relativ selbsterklärend. Ich weiß hier nicht, warum Noelle angezeigt wird. Weil das Set würde ich niemals auf Noelle spielen. Das Ganze ist noch nicht ganz optimiert. Gibt es aber auch schon länger. Von daher nutzt da noch so ein bisschen eure eigenen Ideen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und folgt dem Ganzen nicht blind. Aber es kostet natürlich 20 ursprüngliches Harz. Weil das ebenfalls in einer Sphäre zu finden ist. Wobei ich glaube, Noelle ist für den Dungeon relativ gut. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Und natürlich könnt ihr euch auch dementsprechend das hier ausmarkieren. Oder nicht abhacken. Entmarkieren. Ihr könnt auf jeden Fall das Häkchen wegnehmen. Sag ich jetzt mal. Oder den Schalter auf die andere Seite setzen. Und dementsprechend seht ihr dann auch, was genau ihr an welchem Tag farmen könnt. Was sehr, sehr nice ist. Und so habt ihr einen gesammelten Überblick von euren ganzen Materialien. Die ihr für eure Charaktere benötigt. Wichtig ist aber hier nochmal ganz kurz anzumerken, dass ihr maximal vier Gruppenmitglieder einfügen könnt. Ihr müsst euch dementsprechend anmelden für weitere Slots. Aber auch das ist kein Problem. Denn das Anmelden ist relativ easy. Denn dementsprechend könnt ihr auch hier dementsprechend mit Google anmelden. Mit Facebook etc. Pipapo. Könnt ihr handhaben, wie ihr möchtet. Ihr geht hier kein Risiko ein. Insbesondere dann, wenn ihr euch mit Google anmeldet. Von daher seid ihr auf der sicheren Seite. Deswegen nehmt das, was ihr nehmen möchtet. Ihr könnt euch auch mit Discord anmelden oder Twitter oder mit Line etc. Wie gesagt, ihr seid auf der sicheren Seite. Und auch das ist für mich persönlich ein Tool gewesen, das mir das Leben in Genshin Impact ungemein erleichtert hat. Einfach weil ich so einen direkten Überblick über die Sachen habe, die ich auch wirklich für meine Charaktere, als auch die Waffen sowie den Artefakten benötige. Das dritte und letzte Tool ist ein Tool, das von einem unserer Community-Mitglieder vorgeschlagen worden ist. Und deswegen an dieser Stelle ein richtig fettes Danke Seraphane. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Dafür, dass du dieses Tool vorgeschlagen hast. Ich persönlich habe mich jetzt so ein bisschen reingefuchst. Nicht wirklich detailliert. Und ich habe mir auch das vollständige Video nicht angeschaut. Denn das ursprüngliche Video geht über 20 Minuten. Und ihr kennt mein Zeitmanagement. Ich habe so wenig Zeit derzeit, dass ich meine Zeit wirklich so effizient, wie es geht, nutzen muss. Und natürlich auch dementsprechend möchte. Einfach damit ich das Maximum rausholen kann. Klingt jetzt wie jemand, der versucht Millionär zu werden. Aber das ist in meinem Fall nicht der Fall. Dafür habe ich die Zeit nicht. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Deswegen danke Seraphane an dieser Stelle. Denn ich lese alle Video-Vorschläge und ich nehme sie mir zu Herzen. Aber ich reagiere höchstens drauf. Und deswegen denkt bitte nichts Falsches, wenn ich nicht darauf antworte. Denn die Reaktion geht am schnellsten. Und somit wisst ihr, ich habe es gelesen. Denn ich lese alle Video-Vorschläge und versuche sie dann dementsprechend noch bestmöglich umzusetzen. Aber das muss an dieser Stelle einfach mal gesagt werden. Deswegen danke dafür an dieser Stelle. Denn wie gesagt, das Tool ist in meinen Augen ein wahnsinns mächtiges Tool. Und falls ihr ebenfalls auf der Suche nach solchen Tools seid oder auf Infos etc. Hilfe, Guides, Pipapo, dann kommt super gerne mit auf unsere Community Discord-Server. Denn wir sind inzwischen fast über 1.900 Member. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten zwei Monaten auf jeden Fall die 2.000er Mark knacken können. Deswegen, den Link dazu findet ihr unten als angepinnten Kommentar. Oder aber auch in der Videobeschreibung ist es jeder herzlich eingeladen. Egal wie lange ihr dabei seid. Oder aber auch, wenn ihr andere Games sucht wie Fortnite, Apex Legends, League of Legends, Veteran, CSGO, Lost Ark etc. Das ist alles mit drin. So viel mal an dieser Stelle. Das musste ich einfach kurz erwähnt haben. Denn die Dankesagung war mir sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, das Tool ist auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen unübersichtlich. Aber wenn man weiß, wo man was findet, geht das eigentlich relativ klar. Ihr seht es, wir haben hier oben links Artefakte, Charaktere, Builds und Tools. Wobei die Tools relativ selbsterklärend sind. Denn hiermit könnt ihr quasi direkt nachschauen, wann euer Resin komplett voll ist. Habt ihr jetzt beispielsweise 0 Resin, dann dauert es ca. 21 Stunden. Und dann wird das am nächsten Tag um 8.19 Uhr und 49 Sekunden am 28.04. komplett aufgefüllt sein. Ihr seht es, wir haben hier gerade den 27. April 2021. Und bis das Resin von 0 auf 160 ist, dauert es bis zum nächsten Tag also 21 Stunden. Aber man muss ja auch ganz klar wissen, dass es keine 1 zu 1 Synchronisation von eurem Ingame Resin. Das muss man ganz klar an dieser Stelle erwähnen. Weil wenn diese Synchronisation möglich wäre, ohne die offizielle Einwilligung von Mihoyo, dann wäre das ein indirekter Eingriff in das Spielgeschehen. Das heißt, man greift sich Daten in Game ab. Und ich weiß nicht, ob das ganz legal ist. Und das könnte unter Umständen im schlimmsten Fall als Cheat gewertet werden. Deswegen stimmt das hier auch nicht so ganz. Denn die Zeit, wir haben nicht 10.03 Uhr, sondern wir haben jetzt 11.03 Uhr. Wir müssen eine Stunde mit draufrechnen, weil wir haben ja jetzt Sommerzeit, nicht mehr Winterzeit. Deswegen muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber ihr seid hier relativ gut aufgestellt. Zum anderen habt ihr hier dann noch den Experience Calculator, also den Erfahrungskalculator, also den Erfahrungsrechner, wenn man das auf Deutsch ausdrücken möchte. Und ihr habt hier die Möglichkeit zwischen Full Level und Don't Fully Level. Und hier gebt ihr einfach die Werte von eurem Charakter ein. Das heißt, habt ihr beispielsweise Noel auf Level 57. Dann gebt ihr einfach die Erfahrung oder die aktuelle Erfahrung ein, die ihr momentan auf Level 57 habt. Ihr seht, es 92.400 brauchen wir für das nächste Level, um das zu erreichen. Und dann gebt ihr hier einfach ein, beispielsweise 42.300 Erfahrungspunkte. Dann seht ihr, Erfahrungspunkte bis zum nächsten Milestone, also bis zum nächsten Stern, sage ich jetzt mal, werden oder sind 243.257. Und dann gebt ihr hier noch euer Mora ein. Ganz, ganz wichtig, wie viel Mora ihr habt. Denn damit wird auch ausgerechnet, ob ihr wirklich die nötige Kohle habt, um das Level abzumachen. Oder aber auch, ob ihr nicht vielleicht sogar zu wenig Mora habt, um den Charakter aufzuleveln. Und dementsprechend geben wir jetzt einfach mal ein, wir haben jetzt 383.200 Mora. In dem Fall, und ihr seht es, Final Mora sind immer noch 383.200. Und je nachdem, wie viele Bücher wir hier auswählen, bekommen wir dann dementsprechend das Mora abgezogen. Das heißt, wir wählen jetzt mal hier zwei Bücher aus, klicken auf Apply. Das seht ihr jetzt nicht, das ist hier unterhalb von diesem 2. Da steht dann Apply. Wir applyen das Ganze. Ihr seht es, Final Mora 375.200. Wir haben jetzt 82.300 Erfahrungspunkte und haben zwei von den Büchern verwendet. Dementsprechend fehlen uns jetzt nur noch 10.100 Erfahrungspunkte, bis wir dann Level 58 mit Noelle erreicht haben. So könnt ihr so ein bisschen planen, wie viele Bücher ihr benötigen, wie viele Mora ihr braucht. Gerade dann, wenn ihr beispielsweise einen Charakter auf Stufe 1 habt, mit null Erfahrungspunkten, sage ich jetzt mal. Dann könnt ihr auf Apply klicken. Dann seht ihr, bis zum nächsten Meilenstein sind es 120.000 Erfahrungspunkte, die wir benötigen. Und dementsprechend könnt ihr dann nach und nach eure Charaktere aufleveln und könnt dann dementsprechend auch so ein bisschen mit den Büchern sparen. Aber das geht auch ingame sehr gut, wie ich persönlich finde. Ihr bekommt hier halt nur eine gesammelte Übersicht, wie viele Erfahrungspunkte ihr braucht, um das Ganze dementsprechend aufzuleveln. Das Mächtigste an diesem Tool sind die Artefakt- und Charakter-Builds, die ihr hiermit erstellen könnt. Das wirkt jetzt ein bisschen unübersichtlich, wie vorhin schon erwähnt. Aber es ist relativ selbsterklärend, wenn man ungefähr weiß, wo man was findet. In dem Fall könnt ihr entweder selbst die Artefakte hinzufügen oder aber auch ihr könnt sie schlichtweg einfach einscannen. Und das Einscannen ist mitunter die einfachste Möglichkeit. Denn sobald ihr ein Artefakt mal habt, dann klickt ihr einfach hier auf Upload Artefakt Screenshot-File. Klickt da drauf, wählt euren Screenshot aus. Und dementsprechend sieht das Ganze dann so aus. Wichtig ist, dass der Set-Name zu sehen ist und dass das Ganze auf Englisch ist. Das heißt, ihr müsst vorübergehend euer Game auf Englisch stellen, damit ihr die ganzen Namen auf Englisch habt. Weil wenn es auf Deutsch ist, erkennt ihr das nicht, denn den Optimizer gibt es derzeit leider nur auf Englisch. Nichtsdestotrotz, der Name muss zu sehen sein, der Main-Stat muss zu sehen sein, dann die Sub-Stats. Und natürlich auch Plus-20 muss zu sehen sein und natürlich auch, wie gesagt, der Set-Name. Aber wenn ihr diese Screenshots aus dem Charakter-Menü herausmacht, wenn ihr die Screenshots aus dem Charakter-Menü herausmacht, dann seht ihr diese gelben Punkte rumfliegen. Und das kann unter Umständen dazu führen, dass er keine Sub-Stats erkennt. Dann müsst ihr diese Sub-Stats manuell hinzufügen. Das heißt, wir gehen nach hier oben. Ihr seht, er hat das hier selber ausgefüllt. Und dann wählen wir die anderen Sub-Stats aus. Wir haben hier Flat-Verteidigung, wir haben hier Flat-Angriff, wir haben Crit-Damage und wir haben Crit-Rate. Und dann müsst ihr versuchen, diese ganzen Werte hier zu replizieren. Dementsprechend müsst ihr bei Verteidigung auf 37 kommen. Dann haben wir hier 37. Angriff haben wir 18. Das ist ganz easy. Das hat sich nicht verändert. Crit-Damage sind wir auf 14. Das ist 2 mal 7. Das ist ganz easy. Und bei Crit-Rate, das ist ein bisschen tricky, weil man nicht weiß, oder ich absolut nicht mehr weiß, wie sich die Werte um welchen Prozentsatz erhöht haben. Ich gehe jetzt mal bei 3,1 hinzu und fange mal bei 6,2 weiter. Gehe mal auf 10,1. Und wir haben 13,2. Perfekt. Somit haben wir dann quasi die Werte und ihr seht auch, wie sich die Rolls hier verteilt hatten und wie viel Prozent das Ganze nach oben gegangen ist. Und hat man dann alles richtig ausgefüllt, kann man das Artefakt hinzufügen. Wenn ihr dann auf Add Artefakt klickt, dann findet ihr das Artefakt hier ganz unten wieder. Und das ist wichtig, damit diese Artefakte den entsprechenden Charakteren hinzugefügt werden kann. Ich habe jetzt hier noch ein anderes Artefakt. Das können wir jetzt mal Spaß haben mit hinzufügen. Das ist eigentlich ein Screenshot, aber nur damit ihr auch mal seht, wie Artefakte hinzugefügt werden. Es ist ein Retracing Bullight Artefakt. Und das ist ein 5-Sterne-Artefakt-Set. Da, Retracing Bullight. Das ist auf Stufe 20. Und das ist die Plume of Death, die Feder. Angriff 311, das erkennt er automatisch. Als ersten Substack haben wir Crit Damage 20,2%. Das heißt 7,8, 15. Und das ist zu hoch. Wenn ihr merkt, das ist zu hoch, setzt den Wert wieder zurück auf 0. Und fangt mit einem etwas niedrigeren Wert an. Hier 20,2. Dann haben wir die Lebenspunkte. Die sind auf 777. Das ist eine reine Jackpot-Zahl. Dann haben wir Flat Stat Verteidigung. Und das ist auf Plus 16. Da sind keine Rolls draufgegangen. Und wir haben Verteidigungsprozente. Und das sind auch 6,6. Und da ist ebenfalls kein Roll draufgegangen. War ein bisschen schade, einfach weil zwei Rolls auf HP gegangen sind. Aber sei es drum. Wir fügen das Artefakt hinzu. Und somit haben wir zwei Artefakte hinzugefügt von diesem Retracing Bullight Set. Das Ganze sieht dann dementsprechend so aus. Und wenn man das dann einem erstellten Charakter hinzufügen möchte, müsst ihr hier unten auf Inventory klicken. Und dann den Charakter auswählen, den ihr erstellt habt. Und in unserem Fall ist das Noel. Das machen wir gleich. Und ihr seht auch hier noch im Blau quasi die Efficiency von dem Artefakt Set. Das hier ist ein sehr, sehr gutes in meinen Augen. 85,53% Efficiency. Also gar nicht mal so schlecht. Das hier ist schlechter mit 75,55%. Aber sei es drum. Wir wollen hier nicht 100% haben, weil das ist gefühlt eh unmöglich. Denn keiner oder ich kenne keinen, der so ein absolut perfektes Traumartefakt hat, wo alles stimmt und wo man wirklich sagen kann, das ist ein Artefakt, das man auf jeden Fall nutzen kann. Wie beispielsweise... Wie beispielsweise... Moment. Dieses Streifen in meinem Bildschirm haben mich fertig. So. Wie beispielsweise ein Gladiator Set Piece. In dem Fall der Helm mit Crit Damage. Hier mit Crit Damage. Plus 20. Subset, natürlich Crit Rate, Angriffsprozente, Angriff, Flat Angriff und Lebenspunkteprozente. Und dann haben wir natürlich hier 3,9, 4,1. Wobei, wir machen das ja nicht 4,1, sondern wir machen hier 9,1 draus. 5,8, okay. Dann haben wir hier 14 und 4,1. Und dann sind alle anderen Rolls auf Crit Rate gegangen. So, wir haben alle Rolls auf Crit Rate und ihr seht, das ist das perfekte Artefakt schlechthin, wenn man das so möchte, mit was Crit Rate und Crit Damage betrifft. 62,2% Crit Damage, 15,6% Crit Rate ist einfach ein Traum, wenn man das so möchte. 7,8, 11,7, 15,6. Hammer. Habt ihr dann aber zu viele Rolls auf ein Artefakt gesetzt? Beziehungsweise... Manchmal geht's, manchmal nicht. Das ist noch so ein Bug. Aber hier beispielsweise, das ist eigentlich unmöglich, weil das sind jetzt 5 Rolls auf... Ne, Moment, das stimmt doch. 5 Rolls auf Crit Rate, 19,4% Crit Rate. Das ist vollkommen okay. Wenn ihr jetzt aber hier noch einen Wert draufsetzt, dann seht ihr, das ist nicht mehr möglich, weil das mehr als einen entsprechenden Roll hat. Von daher gehen wir mal wieder zurück. 5,8, dann passt das. Alle Werte sind auf Crit Rate gegangen mit dem höchsten Wert, den es bekommen kann. Mega Traumartefakt. Aber wer von oder wie viele von euch haben das schon? Ganz ehrlich. Aber es ist ein anderes Thema. Wenn wir jetzt zurück auf Charaktere gehen, dann werdet ihr sehen, wir haben hier Noelle. Wir löschen das Ganze mal. Und wenn ihr hier seid, seht ihr als allererstes dieses Plus. Das heißt, ihr müsst einen Charakter hinzufügen. Klickt auf das Plus. Wählt einen Charakter aus. Es sind alle mit drin, bis auf die ganz neuen Charakter, wie Yula und Yanfei. Die werden aber noch ergänzt. Da könnt ihr euch sicher sein. Aber in unserem Beispiel ist das jetzt Noelle. Der Charakter ist auf Level 1. Das heißt, ihr müsst diesen Charakter noch auf Stufe 90 bringen. Oder auf das Level, wo ihr den Charakter habt, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt mit meiner Kleinen. Ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt, aber die ist einfach Zucker. Dann klickt ihr auf Stats-Template. Level 90. Denn meine Noelle ist auf Level 90. Und sie nutzt nicht das Basis-Ein-Sterne-Schwert, sondern sie nutzt den weißen Schatten. Das ist White Blind. Dann wählt ihr das Level der Waffe aus. Genau hier. Das ist ebenfalls Level 90. Dann den Refinement-Grad. Das ist Refinement 2 bei mir. Und dann klickt ihr auf Exit. Und somit haben wir einen Level 90 Charakter mit einer Level 90 Waffe. So sieht meine Noelle momentan aus. Und meine Noelle ist auf C6. Habt ihr eine entsprechende Konstellation, wie beispielsweise Zhongli auf C1, klickt hier einmal drauf. Oder habt ihr beispielsweise Zhao auf C2, klickt hier drauf. Und somit könnt ihr dann eure Konstellation mit auswählen. Denn irgendwann fließen diese Werte mit in das Ganze mit ein. Und damit haben wir quasi schon mal den Anfang. Wenn wir jetzt die Artefakte hinzufügen wollen, können wir das nicht hier über Artefakts machen. Das ist ein bisschen schade gemacht. Das geht hier leider nicht über Artefakts. Sondern wir müssen zurück. Hier oben links auf Artefakts. Dann ganz nach unten scrollen. Jetzt muss ich das Fenster wieder ein bisschen nach oben schieben. Und wie ihr es vorhin gesehen habt, auf Inventory. Und dann Noelle auswählen. Das machen wir jetzt zweimal. Wir haben jetzt eine Crit Rate von 13,2%. Und insgesamt 34,2% Crit Damage mit hinzubekommen. Wenn wir jetzt aber, wenn wir jetzt zurück auf Characters gehen, dann werden wir sehen, wir haben die Crit Rate mit hinzubekommen mit 13,2% und wir haben 34,2% Crit Damage. Somit können wir zusätzlich noch die Passive der Waffe aktivieren. Wie beispielsweise alle 4 Stacks von dieser Waffe. Denn pro Schlag erhöht sich der Angriff als auch die Verteidigung um 7,5% auf Refinement 2. Sodass es dann auf 4 Stacks bei 30% ist. Ihr seht es auch hier. Wir haben dann quasi Verteidigung plus 998 und noch zusätzlichen Angriff plus 539. Das ist in meinen Augen das Schwert schlechthin von Noelle. Es gibt kein 5 Sterne Schwert, das so gute Stats mit sich bringen kann. Gerade was Angriff und Verteidigung betrifft. Und wenn man das hier auf Refinement 5 hat, alter Schwede, das ist einfach nur insane. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir auch sehr, sehr gut das Schwert. Gerade auf Noelle. Denn ihr wisst, Noelle ist einer meiner Lieblingscharakter geworden inzwischen tatsächlich. Und wenn ihr jetzt den Damage ausrechnen möchtet, klickt ihr hier einfach auf Expand. Und dann könnt ihr hier beispielsweise den Enemy Editor nutzen und eure Gegner eintragen. Beziehungsweise wenn ihr beispielsweise gegen einen Ruinwächter kämpft. Dann müsst ihr halt dementsprechend die Wiki besuchen. Ihr seht auch hier direkt den Link. Klickt einmal da drauf. Dann kommt ihr auf die Wiki. Cookies. Dann seht ihr hier beispielsweise Summer Chul, Lava Chul, Ruin Guard und so weiter und so fort. 10% Elementresistenz, 70% Physical Resistenz. Das heißt, wir können jetzt hier beispielsweise 70% Physical Resistenz mit eingeben. Und dann wird das Ganze dementsprechend angepasst. Und ihr seht, meine Noelle würde jetzt beispielsweise 170 Damage machen mit diesen zwei ausgerüsteten Artefaktteilen. Das ist natürlich ein bisschen mehr. Einfach weil wir jetzt hier nur zwei von fünf Artefakten ausgewählt haben. Aber ihr seht dann auch exakt, wie viel Damage ihr wo macht. Und natürlich auch, wie sich das Ganze berechnet. Das ist einfach absolut insane. Das ist richtige Mathematik. Also Respekt an denen, der das entwickelt hat. Ein Wahnsinns-Tool. Gefällt mir unglaublich gut. Und das ist der durchschnittliche Damage. Wenn wir jetzt ein Non-Crit-Damage haben, dann würde mein Noelle gerade mal 174 Damage machen. Mit diesen zwei Artefakten und dem Level 90er Schwert. Ist es jetzt aber ein Crit-Hit, sind wir jetzt bei 271 Damage. Was schon mal nicht so schlecht ist. Also es ist sehr, sehr nice. Skill-Damage 2235 ist ebenfalls sehr, sehr gut. Shield-Damage Absorption und so weiter und so fort. Ihr seht hier wirklich alles. Wirklich komplett alles. Zu den Artefakten hier seht ihr auch nochmal das Ganze, was dann hinzugefügt worden ist. Dementsprechend aber, natürlich sind die Werte hier nicht immer aktiv von dem Schwert. Wir gehen zurück auf Artefakte. Und dort seht ihr meine jetzigen Stats von meiner Noelle. Und das finde ich absolut einfach on point. Ihr seht auch hier die Artefakte, die sie ausgerüstet hat. Ist ebenfalls nice. Und wenn ihr dann hier auf Share Character klickt, könnt ihr quasi euren Charakter teilen. Mit dieser URL, die hier oben angezeigt wird. Und wenn wir die jetzt mal kopieren. Dann in einem neuen Tab öffnen. Dann seht ihr auch hier quasi meine Noelle. Wie meine Charaktere aufgebaut sind. Beziehungsweise wie jetzt meine Noelle in dem Fall. Mit welchen Stats sie ist. Das Ganze geht natürlich auch schon im Genshin Impact Forum. Ist deutlich einfacher. Aber kann man handhaben, die man möchte. Ich finde das hier relativ übersichtlich. Finde ich sehr, sehr gut gehalten. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dementsprechend würde ich das Tool hier auch zu 100% jedem ans Herz legen. Der sich intensiv damit befassen möchte. Wir haben hier noch die Talente natürlich logischerweise. Und dementsprechend könnt ihr auch die Talente dementsprechend leveln, wenn ihr das möchtet. Und die Konstellation 6 sind vertreten. Finde ich deutlich besser als Genshin.gg, wenn ich ehrlich bin. Und natürlich auch hier, was die Talente dann dementsprechend können. Wie Talent Level 1, Talent Level 4, Talent Level 4. Weil wir die drei Level zusätzlich bekommen. Weil ja meine Noelle auf C6 ist. Weil alle drei Konstellationen bekommt ein Talent eine Plus 3 Erhöhung. Das Ganze kann man dann hier noch ein bisschen weiter erhöhen. Aber, um das Ganze jetzt abschließend zu machen. Die Talente könnt ihr nicht hier erhöhen. Sondern ihr müsst das hier bei dem Charakter machen. Wenn ihr dann dementsprechend auf... Auf... Wo war's? Ach, Moment. Das ist ja noch die Übersicht hier. Charakter. So. Wenn wir auf... Ne, das ist Level 90. Moment, wo war das denn? Mit den Talenten. Das ist jetzt tatsächlich eine sehr gute Frage. Ja. Selbst der Client ist natürlich auch, dass ihr hier alle anderen Stats selbst anpassen könnt. Dementsprechend, wie auch immer ihr das möchtet. Wenn ihr auf Edit klickt. Relativ easy. Relativ simpel. Aber, wo war denn das mit den Talenten? Das war die Waffe. Das ist klar. Talents. Ach, hier. Talente. Ihr seht's hier. Einfach draufklicken und dann auswählen. Ich weiß nur nicht, warum das hier bis auf Level 11 geht. Weil ich glaube, Level 10 ist das Höchste, was momentan derzeit eigentlich möglich ist. Und bei den Skills hier Level 13, das ist klar. Bei mir ist die Ultifunale auf Level 13 und das hier auf Level 12. Und dementsprechend seht ihr auch, wie viel Damage eure Talente machen würden, wenn ihr das mit den jeweiligen Artefakten ausgerüstet habt und so weiter und so fort. Also super easy, super simpel, wenn man weiß, wo man was klicken muss. Ging jetzt auch doch wieder länger. Jetzt habe ich es doch ausführlich erklärt. Aber ich hoffe sehr, dass vor allem dieses Tool irgendjemandem helfen konnte. Gerade wenn ihr ein bisschen deeper in eure Stats reingehen möchtet. Ein bisschen deeper in die Charaktere, was die Analysen betrifft. Gerade was den Damage-Output betrifft, was zukünftige Charakter-Builds betrifft und so weiter und so fort. Und ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft meine Charakter-Builds hierdurch dann machen. Je nachdem, wie das Ganze dann aussieht. Wir werden es sehen. Weil in-game finde ich es dann doch nochmal ein bisschen besser. Einfach, weil man dann auch so ein bildliches Material hat. Aber sei es drum. Soviel mal zu den ganzen Tools. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass ihr was damit anfangen konntet. Es gibt noch eine letzte Anmerkung. Und zwar gibt es hier oben diesen Reiter Builds. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr quasi ein Bild generieren. Aber ihr müsst dann halt dementsprechend auch noch Artefakte hinzufügen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch hier einfach Use-Equipped-Artefakts nutzen. Aber ihr müsst dementsprechend alle fünf Teile ausgerüstet haben. Damit ihr die Equipped-Artefakts nutzt. Weil sonst kann er keinen wirklichen Bild erstellen. Denn dementsprechend müssen auch die restlichen drei Artefakte ergänzt werden. Ihr seht es doch hier. Artefaktset-Filter. Retracing-Bull-Light. Dann haben wir hier nochmal eins mit... Achso. Er will dann hier noch... Er will das Set von euch wissen. Das ist quasi ein Vierer-Set, das wir haben auf Noelle. Dann... Was bist du denn hier? Achso. Das ist quasi... Ja. Das ist quasi noch so das letzte Teil, das ihr auswählen müsst. Weil ein Vierer-Set besteht aus vier Teilen. Wir brauchen aber noch ein fünftes. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, wenn ihr alle fünf Artefakte anlegt, wie ihr es hier unten seht. Wie gesagt, einscan geht am einfachsten, wenn ihr die Artefakte bereits besitzt. Ist ein bisschen Arbeit, aber ich kann jedem empfehlen, wenn ihr Screenshots machen müsst, führt Genshin Impact im Fenstermodus aus. Und nehmt oder ladet euch die Software Greenshot runter. Ist relativ einfach, denn ihr seht es auch hier, Greenshot, mega nice. Wenn ihr dann da drauf klickt, dann könnt ihr natürlich die Software downloaden und sobald das Ding installiert ist, drückt ihr einfach auf eure Druckentaste auf der Tastatur und könnt dann dementsprechend, ihr seht es auch hier schon mit dem ganzen Ding, könnt euch dann dementsprechend das Fenster auswählen, wie ihr den Screenshot machen wollt. Das Ganze seht ihr jetzt leider nicht, aber ist super easy. Ich werde es wahrscheinlich nachträglich noch einblenden, aber damit könnt ihr die Screenshots relativ einfach machen und seid dann auch wirklich so sehr, sehr gut aufgestellt. Soviel mal zu den heutigen Videos und was die drei Tools betrifft. Ging jetzt auch wieder lange genug. Ich wollte das eigentlich viel, viel kurzer halten, aber ich bin jetzt dann doch der Theoretiker geworden, als ich eigentlich dachte. Wie gesagt, das sind in meinen Augen die Top 3 Tools, die man in Genshin Impact auf keinen Fall missen sollte. Wenn es euch geholfen hat, dann lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Es würde mir persönlich sehr helfen und es würde auch anderen Leuten sehr, sehr helfen, denn mit den Daumen nach oben habe ich gelernt, dass das so, dass auch andere Leute das Video vorgeschlagen bekommen und vielleicht erleichtert es dem einen oder anderen das Leben in Genshin Impact ungemein. Mich würde es freuen, wenn das der Fall ist und bis dahin gilt natürlich und wie immer auch vielen Dank, dass ihr euch das komplette Video bis hierhin gegeben habt, sofern ihr das gemacht habt und nichts geskippt habt. Aber auch trotzdem, wenn ihr hier immer noch dran seid, vielen, vielen Dank dafür und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video und bis dahin macht's gut, bleibt auf jeden Fall gesund und Peace!